Und, bist du tot? Ja. Herzlich willkommen zu... Ich kann mich ja wieder fahren. Oha. Oha. Das dauert nicht mehr lange. Dann ist das Ding einsatzbereit. Jetzt mal den hier packen. Schnell, schnell, schnell. So, B. Da unten müssen wir runter. Oh. Da hinten ist noch einer. Ach so, hier gibt's Energie. Toll. Gleich wieder voll machen. Da muss ich hin. Oh, sieht ja noch gut aus. Ich hab die bloß jetzt nicht alle auf dem Schirm. Ach, da ist so ein Ding? Schnelle! Bin jetzt hier sichtbar? Jetzt nicht mehr. Die verzieht aber... Ich komm gar nicht tiefer hier. Boah, das ist zum... Jetzt, wenn ich mich nicht hinstelle, geh ich's. Da krieg ich noch einer rum. Wo bist du denn? Da. Oh. Ich hab den jetzt nicht auf dem Schirm hier. Wo ist denn der Junge? Das ist meins. Sieh dich nicht. Hier ist nur er. Warte mal. Nein. Nein. Wo will denn der hin? Okay. Oh, nein. Da wollte ich drücken, damit er schneller geht. So, rein da. Nicht nur ein Anzug. Ein Zell. Exos. Gefällt. Sie haben etwas, Profit. Etwas, das die Zell nie haben oder verstehen werden. Du willst mir was sagen, hä? Du denkst, die Aufladung des Nanosuits kann dir nichts anhaben? Dann pass mal auf! Noch Fragen? Hier gab's Muni. Nein, hier gab's keine Muni. Ich hab mich getäuscht. Da unten ist die. Vereilung. Hier gibt's aber noch nicht. Ist er wieder aufgeladen? Wo muss ich ihn jetzt hin? Da oben hin. Kann ich hier irgendwie hüpfen? Gut. Gut. 95 Meter. Ist er noch aufgeladen? Ich riskier's jetzt einfach mal. Ich muss den Weg finden. Oh, scheiße. Ist er noch aufgeladen, oder? Ja. D. F. Schnell. Gut. D. Aus. Rein da. Da müssen wir hin. Weil du nichts menschliches mehr an dir hast. Sie haben keinen Namen. Ist er überhaupt ein Mensch? Rekombinant DNA. Gott nochmal. Sieh dich an. Jetzt müssen wir das Wurmloch schließen. Da unten. Ich muss hier erstmal einen Weg rausholen. Denkst du, ich zerbreche an dem, was ich aufgeben musste? Ist es das? Ich werde dir zeigen, wozu diese Maschine in der Lage ist. So. So. Wo muss ich hin? Da unten muss ich hin. Und fertig. Da unten muss ich hin. Ja. Lauf. Lauf. Profit. Sekundäres Kühlsystem. Sekundäres Kühlsysteme sabotieren. Das machen wir gleich mal. Muss ich da jetzt einfach runter? Ich weiß das nicht. B. Hier ist nichts Schlimmes, ne? Wenn ich da jetzt runtergehe, dann komme ich doch nie wieder hoch. Doch, hier. Hier ist ein Vorsprung. Hier rauf. Jetzt gehen wir hier hin. Schön liegen bleiben. Das hätten wir erledigt. So. Jetzt müsste ich wieder hier hochkommen. Oh. Da geht's los. Ah, hier geht's los. Wo ist mein Ziel? Aufladen. Brauche ich mich nicht? Immer noch nicht. Da hinten ist mein Ziel. In die Richtung. 127 Meter. Ich verliere keine Energie. Das macht sich richtig gut. Da unten ist das. Wie komme ich denn da hin? Bin aber jetzt auch ganz schön langsam. Ich springe todesmutig runter. Aua, 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 aua. Er hat's erledigt. Ich muss mal profilatisch in die Richtung. Geht alles im Arsch. Wir müssen gelangt. Geht's doch auf. Legt sich da noch irgendwo was? Nein. Da muss ich hin. Geh da mal hin. Wacht sich da mal geil aus. Das ist ein Strahl. Da. Muss ich reinlaufen, reinspringen, reinhüpfen. Keine Ahnung. Hm. Geht ja bis jetzt ganz einfach eigentlich. Easy. Ah, ich werde mal nicht so doll tönen. Hinter mir sind noch ein paar Feinde. Das kann ich sehen. Aber ich nehme an, ich muss jetzt erst in diese Mindcarrier rein, um die Energie zu sammeln. Weil ich verliere ja jetzt gar keine mehr. Sieht man ja auch an der Waffe. Und jetzt. Jetzt. Ist das der Alpha Seth? Oder was bist du? Ich mache jetzt nichts. Das läuft jetzt ab. Das ist ein Video. F. 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 Genau wie Gämpfer, hm? Komm, schau! Ich baller einfach rauf, was ich hab. Oh, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ah, Leertaste! Leertaste! Energie niedrig, oh. Dieser Anzug gehört mir! Wir haben eure Technologie weiterentwickelt! Ich halte doppelt so viel aus wie du! Ist hier irgendwas Schönes? Kann nix machen. Ah, ich hab die Waffe weggeworfen, bin ich blöd! Das seh ich jetzt erst. Wo hab ich die denn hingeschmissen? Da. Nein, 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 nein. Och, da lag doch eine. F, um den Nanosug zu beladen. Ach, da. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich seh hier gar nicht durch. Huch, ich hab doch was gesehen! Schwere Panzerung auf Maximallstufe. Au! Ich denk mal, jetzt kommt der wieder hier rausgebrochen. Der Hund, da ist er schon. Passt hier nicht, ne? Jetzt geht das wieder los. Ich hoffe, hier ist noch so eine Energiequelle. Ich bin keiner von euch. Ich bin troffe! Au! Au! Ich bin noch nicht. Au! Komm! Schnell, 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 schnell! Ich werde dir zeigen, was ich kann! Boah, warum wirft ihr die wieder weg? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum hast du die Waffe weggeworfen? Hier ist er. In der Hektik sieht man das gar nicht. Ich bin überladen! So, kommt her, ihr Säcke. Na? Noch ein paar? Au! Hund! Da hinten sind noch welche. Bin ich denn zu weit? Ich hab da noch eine Stelle gesehen, wo ich den wieder überladen kann. Also den Anzug. Dachziehen erledigt. Irgendwo scheint jetzt aber noch einer zu sein. Los hoch. Oh! Ah! Hey, was ist jetzt los? Die hat keine Munition mehr. Hä? Hä, was war das? Jetzt hab ich nicht durchgesehen. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Der Anzug war doch überladen. Die Waffe ist leer. Ich bin nicht wie du. Ganz und gar. Die Waffe ist leer. Ich bin besser als du. Ich werd dir zeigen, was ich kann. Ich hab nur 13 drin. Aha. Kann ich den jetzt nicht hacken? Konnte ich doch vorhin. Jetzt. Jetzt. Kann ich jetzt hier? Kann ich nicht? Kann ich nicht? Hup. 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 Wo schießt du hin? Hup da. 100. Jetzt hab ich wieder 100. Na voll. Irgendwo muss noch einer sein. Gibt's hoch. Ach, Mensch. Ich verliere da wohl meine ganze Energie. Na, tut mir leid. Oh, nochmal Ende. Ich bin nicht wie du. Ja, das kennen wir schon, Profit. Ich bin besser als du. Ich werd dir zeigen, was ich kann. Au. Oh, den haben wir erledigt. Okay. Wichtig den da weg. Noch geht's mit ihm. Na? Oh, jetzt ist der weg. Noch habe ich volle Energie. Ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt machen soll. Wie kann ich mich nicht hinbegeben? Oh, jetzt mal ab. Wo ist er? Schnell, nimm eine andere Waffe, Herrgott. Und jetzt? Oh, das ließ. Ich habe es, glaube ich, nicht verstanden. Nein, ich denke, jetzt, 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 jetzt. Ich drücke. Dann hört es. Was passiert jetzt? Oh. Okay. Profit, mach was. Oh, Michael. Geht's mit Pfeil und Bogen, oder was? Oh, voll in die Möhre rein. Ja. Jetzt gibt's Molusten-Gulasch. Oh, oh. Kann ich nichts machen? Gar nichts. Michael! Michael, raus damit hier! Ich sitze in der Falle. Der verdammte Kurt kläppt! Michael! Halt euch! Ich hole dich raus! Los, Profit! Los, 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 los! Burns! Burns! Halt durch! Michael! Der Anzug! Ich kann nicht! Verdammt, Burns! Es ging nie nur um den Anzug! Burns! Burns! Scheiße. Und nun? Was seid ihr bereit zu opfern? Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war. und wurde Profit. Profit! Profit! Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschen gedenken. Nur Befehle, Befeupt! Ist ihr überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden und diese Maschine versagt, was passiert dann? Burns! Halt durch! Jeder hat eine Wahl! Wenn Profit versagt, was bleibt dann noch? Lawrence! Sie haben etwas, Profit. Burns! Halt durch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Lawrence! Es ging nie nur um den Anzug! Burns! Halt durch! Ich mach mal einfach weiter. Nein! Die Naniten in ihrem Anzug sind frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Archangel. Totale. Totale. Orbitale. Vernichtung. Was ist das? Oha! Ich kann noch nicht steuern. Ich drücke Maus 1. Was jetzt? Habe ich zu lange gebraucht? Ich habe Maus 1 gedrückt, mehr kann ich nicht machen. Oha! Sorry. Habe ich jetzt nicht verstanden. Archangel. Totale. Orbitale. Vernichtung. Hüpp! 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 So, packen. Ziel wird erfasst. Drücke W, S, A, D und Ziel. Hier. Ach, jetzt geht's. Was? Oh. Das ist ihm nicht bekommen. Du hier packst. Hey! Hüpp! Is das jetzt? Du schreibst jemand… Es schlyt. Ich hatte die, hier. Upp! ula! Nee, der ist doch jetzt nicht ernsthaft auf der Erde gelandet und lebt noch. Ist das zufällig die Insel, wo alles anfangen ging? Von der Einrichtung her könnte es passen. Wir betanken jeden Preis, der von uns verlangt wurde und vergaßen dabei, wer wir wirklich sind und wer wir sein können. Die besten Versionen von uns selbst. Eine Maschine muss der Welt ein dienen und darf sie nicht unterglocken. Als Volk und als Welt haben wir nur eine zweite Chance. Lassen Sie uns nie vergessen, was Sie gelernt haben. Denn der Preis für dieses Wissen war unfassbar hoch. Niemand weiß noch nicht, ob Sie trinken, aber wir hätten Sie den Preis überlegen. Im festen Wissen um alles, was wir verloren und viele gefunden haben. In der ersten Woche unserer Ausbildung lehrten Sie uns eine Lektion. Ein guter Soldat weiß, dass es nur eines gibt, worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen. Nicht auf seine Information und nicht auf sein Equipment oder seine Waffe, sondern nur auf sich selbst. Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern. Fürs Erste ist der Krieg vorbei. Ich habe Fehler gemacht, aber ich bin nur ein Mensch. Mein Name ist Lawrence Barnes. Sie nannten mich Prophet. Vergessen Sie mich nicht. So, so. Jetzt ist Prophet also unter Anzug ein und die gleich selbe Person. Na gut. Das war Kreises 3. Wie man gesehen hat, nicht ganz backfrei. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich da zweimal anvisieren musste, warum es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Ich habe beim zweiten Mal auch nichts anderes gemacht. Aber ist ja jetzt auch egal. Ich lasse das jetzt aber nicht ablaufen. Und die Folge hat ja jetzt schon fast eine halbe Stunde oder wird eine halbe Stunde haben. Das reicht, denke ich mal. Und ja. Damit ist die Kreisesreihe bei mir zumindest zu Ende. Ich wüsste nicht, dass es noch was anderes gibt, außer Multiplayer, die wohl aber anscheinend nicht mehr funktionieren, weil da ein bisschen was abgeschaltet wurde. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe das nur gelesen. Die spiele ich aber jetzt nicht. Aber ansonsten waren das ja im Prinzip vier Spiele. Das ist schon mal nicht schlecht. Für eine Reihe. Wobei ich sagen muss, dass mir das zweite und das dritte am meisten... Am meisten hat mir das zweite Spaß gemacht. Das dritte war auch sehr gut. Die ersten beiden Teile oder das erste und das DLC, sage ich mal, waren auch in Ordnung. Da gibt es übrigens, habe ich jetzt gelesen, auch ein Mod für den ersten Teil, dass der noch ein bisschen Checker aussieht, wenn man die passende Maschine dafür hat. Die Engine hat ja selbst auf meinem Rechner so ein bisschen Leistung geklaut. Das lief zwar alles einigermaßen, aber naja. So. Wie gesagt. Das war es mit Kreises. Ich muss mal sehen, was ich jetzt als nächstes in den Slot reinhauen werde. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber, ja. Lassen wir uns überraschen. Ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie gesagt, ein Like oder ein Abo für unseren Kanal wäre schön. Würden wir uns drüber freuen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.